Egal. Unser kleiner Drache ist mindestens so taff wie Jack Bauer. Und Chuck noch zusammen. Bringt gar noch. Taffer? Ach, klar, auch nicht. Ich das nachher dann. Erst die Reinkarnation von Bruce Lee. Yeah, den Sprung schaffe ich aber wohl. Aber gerade so. Schlüssel? Das ist ein Service, oder? Ich meine, unser kleiner Drache wäre vollkommen aufgeschmissen, wenn sich die Truhe nicht von selbst aufnehmen würde. Ja. Wurden zwei Rollen in die Schüssel gerade transportiert eigentlich? Ähm, das willst du gar nicht wissen. Und die letzten zwei Rubine. Wunderbar. Überprüfen. Bestand. Alles komplett. Alles eingesammelt. Schön. Expressweg? Ja. Expressweg. Machen wir. Tschüss ihr Trottel. Wow. Wow, wow, wow. Manchmal bleibt das Spiel da auch hängen. Oh, das ist nicht selten, aber es kommt vor. Ja, kam schon vor, daher. Huh. Okay. Aber in die nächste Welt. Das sieht gut aus. Was ist denn das da? Cliff Town. Klingt vielversprechend. Cliffy. Wow. Juwelen gefunden. Null. Äh, ist klar. Da gab's auch nichts mehr zu finden. Ansari will 2300. Yeah. Komm, wir sammeln vielleicht Später. Wir sparen uns was zusammen. Oh, was war denn das für eine Welt? Hm. Oh, cool. Watch out. Fass. Wir hauen ganz komisch mit ihrem Schwertzug. Ne, nicht. Begrüchungskill. Wenn ich mich nicht verhängt. Wenn so der... Wer bist du denn, John? Ja. Ja, hier alles einsammeln. Okay. Aber jetzt holen wir nicht weiter. Ich bin immer gespannt, ob wir am Ende des Spiels erfahren. Oh, da sind wir wieder sehr gefroren. Für was, 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 für was eigentlich der Jubilien spart. Hm. Für einen tollen Urlaub. Für die neue Xbox 360. Oder, na, na, eigentlich, für ne, 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 ne. Hahaha. Aber Verlinde hat das aber schon realisiert. Ey, in dem Topf... Dafür gibt's auch schon ein Games. Im Topf krieg ich Schaden. Nee, da verlieben wir den Games. Nee. Yay. Drache, ein Topf hier. So weit kommt's noch. Yummy yummy. Die schon wieder. Klingt doch schon aus der ganzen Art. Aus dem Topf, die Grill-Juwelen. Das kann man essen? Das schmeckt. Ey, vielleicht, vielleicht baut sich ja... Vielleicht baut sich Spyro auch in 3-Gänge-Mini zusammen. Wer weiß. Nicht, dass ich das hier gerade so sehe. Ey, da wo ist ein Drache. Da kommt ja auch noch. Da hinten drauf. Ran. Hey, wir wollen Sparks erstmal wieder leuchten sehen. Oh, da freut er sich. Hände mal wieder in Fütterungsteil. Schönes Leuchten ist gelb. Danke. Bei den Next-Gen-Konsolen kann Sparks bestimmt verhungern. Watzwatz. Du musst regelmäßig schmecken, Dinge. Hehehe. 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 Wir wollen verdammt ruckige Kamera-Führung. Action-Camp. Ach, One-Hit-Kill. Großartig. Ich dachte, ich kann mich aus der Suppe retten. Hey, dich fang ich nochmal. Na, wo ist denn dein Ei her? Hast du nicht was vergessen? Mein Freund, hast du nicht was vergessen? Okay, lassen wir das. Wo sind wir hier? Eine Kugel. Die kriegen wir auch noch zusammen. Dann haben wir unser Leben wieder raus. Okay, hier wäre ich eh nicht hochgekommen, sehe ich gerade. Selbst wenn es kein sofortiger Tod gewesen wäre. Glitschiger Sand. Oh ja. Rutscht hier sehr schnell aus. Okay. Sollte vielleicht so Hals über Kopf gedank rennen. Autsch. Aber irgendwie geht das einfach schneller. Was denn nun? Kämpfen oder wegrennen? Ich habe mein Leben schon wieder gekriegt durch die Kugeln. So, manchmal lassen sie sogar auch ein Leben fallen, aber das ist sehr selten. In den meisten Fällen nur das Kugeln. Ach. Ganz in Ruhe gehe ich jetzt hier hoch. Na? Boah. Sie schickt mir ihre Männer vor. Das kennen wir ja schon aus. Dr. Champ. Hey, ein Kasselvieh. Oh, nur ein Rubin drin. Wir sind bald oben beim Drachen. Nein. Zwischenboss. Endboss? Im Level. Ähm, nein. In dem Level gibt es nichts. Nichts dergleichen. Was ist mal gerade? Was soll's? Ja. Okay, für die Truhe brauchen wir die Rakete. Kann ich das nicht umfliegen? Will ich das gleich erledigen? Nein. Das schweiß ich nicht. Super sweet. Ich gehe erstmal nach ganz oben. Da ist glaube ich auch das Ende des Levels. Und entwachen. Doppelfrauen. Synchronsterben. Die neue Sportart. Die war total synchronisch. Das macht Spaß. Oh, jetzt hab ich gar keinen Namen gesagt. Endzu? Endzu. Hey, du bist, du spielst bestimmt bei Teil 4 von Assassin's Creed. Hey, was ist auf der anderen Seite des Blosses? Warum gleitest du nicht rüber und findest es heraus? Okidoki. Hättest uns auch mitnehmen können. Wir sauber einfach. Na, der war ein bisschen gefetzt für das Gleiten. Oh, wo bleiben meine Manieren? Der war ein bisschen... Belaunt. Er war ein bisschen... Korpulente Alter. So. Das bei uns dann nicht nach Hause. Das bei uns dann nicht nach Hause. Das bei uns dann nicht nach Hause. Das bei uns dann stetig zerstörungsgutig haben. Boah, ja. Boah, ja. Boah, wo, 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 wo. Wenn das mal nicht aufs Gedächtnis schlägt. Ja, hab ich doch gerade noch. Hm. Da hab ich doch gerade noch. Ob ich mich übersehen. Peinlich peinlich. 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 Ja. Da hinten. Da glänzt was. Da musst du noch ein. Da muss ich rüberfliegen. Ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll. Hm. Sollte ich zuerst die Rakete da holen, also die zuerst versuchen, da rüber zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wo ich das am besten schaffe. Mach das wohl durch. Ich probiere. Wie der Erfolgsgene siehst. Uuuuh. Hallelujah. Wow. Das war... Na. Unsichtbare Wände. Yeah. Das war's. Fogel. Hey. Fogel. Komm runter. Na. Jetzt kommt der von ihm. Der hat auch den Leen erwischt. Ha, die Selbstmord. Okay. Mr. Nyagi. Marco! Marco Polo! So war jetzt unkreativ. Du hast den höchsten Punkt in Cliffdown erreicht. Und hier ausgelangst du fast überall hier. Ich wollte gerade sagen, das habe ich schon mal gehört. Marco! Wir sind hier aber noch nicht fertig. Wir müssen noch ein paar Vögel gehen. Hallo, Banzer! Erstmal hat der Vogel nicht mich abgefahren, sondern ich habe den Vogel abgefahren. Mit den Hörnern. Das kommt auch mal vor. Was? Fressen eigentlich Drachen? Ich vermute ja Vögel ja. Fall nicht, wie ich die mit den Hörnern... Was ist denn jetzt? Was ist mein Bildschirmschoner? Hey! Blackout! Ich bin jetzt einfach blind rumgerannt. Wir entschuldigen technischen Fehler. Auch bei uns kann das so. Kann so. Ist das geschehen? Ach, da ist gar nichts aufgefallen. Das Schwarze sieht man nicht. Das sehen wir hier. Ach so? Das ist das Gute daran. Deswegen bin ich mal ein bisschen rumgerannt, weil ich dachte, der Vogelkopf auf mich zugeflogen. So, da ging nach zwei Robine. Und dann habe ich alles. Was ich bezweifle? Nein, 20 fehlen noch. Ein bisschen mager. Die Ausbeute. So, ich glaube... Dahinter war noch was. Ja. Ja. Oh ja. Ja fein. Nicht ab... Nicht die Gute runter. Jetzt. Äh, däh, däh, däh. Hä, däh. Halt die 25 eine so mit? Ja, hab ich. Oh, jetzt kommen wir doch noch ein paar runter. Wir sind da mindestens 400. Ja, hohohoho. Ich kann die Truhe noch aufsprengen. Bisher sind es immer runde Zahlen gewesen, die man darüber lassen hat. Ah, schön, hier ist jetzt auch ein Wirbel. Ah, schön. Jetzt komme ich auch wieder jederzeit in der Frau. Wirbelslubbel. Das ist zeitsparend.